Mein Name ist Hubert Schönecker. Bei meiner Firma Geosfilm arbeite ich auch über Geschichten Südtirols. Einen guten Bilden zum täglichen Leben muss man positiv denken. Bereits vor über zwei Jahren haben mein Team mit meinem Sohn Matthias einen Film über Frieda Gamper aus Fölz am Schlörm gedreht. Mut nicht verlieren sage ich im Räumen. Weil, wenn ich sage, dann werden die Augen noch schneller blind. Unser letzter Film mit dem Titel Solange der Herrgott will hat sehr großes Interesse am Publikum gezeigt. Gerade deshalb wollen wir nun eine weitere Geschichte diesmal nur über Frieda und ihren Hof zeigen. Mit diesem neuen Film mit dem Titel Nur nicht den Mut verlieren, der übrigens aus den Aussagen von Frieda stand, wollen wir die Geschichte tiefer erzählen wie bis jetzt. Als Filmproduzent bin ich nun auf der Suche nach Sponsoren, die so ein Projekt unterstützen. Gerade solche Geschichten sollten unserer Nachwelt erhalten bleiben, weil sie nicht mehr alltäglich sind und bitte recht herzlich um Unterstützung dafür. Wir sehen uns auf der Suche nachdenken! Wir sehen uns auf der Suche nach dem Moment, die wir primaverhalten haben. Wenn wir jetzt ein paar Schritte sehen, können wir uns in den Umgebung sind und wir sehen können den ersten Methoden und zu allen Mediannten einstellen. Und wir sehen uns auf die Zwischenhause, die wir sehen uns auf die Regel machen.